Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, 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 du wolltest nur meine Buenos, ja? Ja, sie wollte nur die Buenos. So, wir sind hier am Speedcoaten. Und er lacht jetzt gerade. Okay, das ist süß. Leute, wir haben heute ein Video gedreht, wo wir so Pizza-Lieferanten hopsen. Eigentlich wollten wir drehen, wir werden die einladen quasi. Pizza kostet so 20 Euro und die kriegen dann so, keine Ahnung, 200 Euro. Und das war nicht lustig genug. Deshalb haben wir inszeniert, dass jemand auf Boden liegt, quasi der draufgewaggt wurde. Also der ist weg. Und dann hatten wir so quasi eine Schlägerei da drin und er muss die Pizza ausliefern. Und nach der Auflösung erst haben wir das Cash bekommen. Also, wurde sehr lustig. Dieses Video wollte ich eigentlich heute raushauen, aber ich hatte keinen Bock Story zu machen und sagen, es kommt dann, dann, dann. Wir werden heute einfach unser Arschloch trainieren und es krass machen und es dann morgen raushauen. Ja, wir schneiden noch immer bis in die späte Nacht. Wir sind ein paar Memes, Mann. Wir sind ein paar Memes, Mann.